Einen wunderschönen guten Morgen mit der Udo Rappen. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zum nächsten Video. 666 haben wir kurz im Stream gespielt. Ich fand den interessant. Ich fand den es dort interessant. Wir gehen rein. Ich bin mal gespannt, ob er uns heute mal was Vernünftiges gönnt. Ähm, ja. Also ich fand den, wie gesagt, nicht schlecht. Was ist denn jetzt? Ich wollte doch gar nicht kämpeln. 16 Spiele sind besser, oder? Ich wollte gar nicht gehen, weil das ist mir im Leistung auch schon passiert. 16 Spiele besser, gut. Ähm. Okay, wir brauchen, genau, wir brauchen diese 666-Symbole da. Am besten so viel, wie es geht. 4X, wunderbar. Ähm, ja. Das gibt es noch zu wissen bei der Start. Also ich hatte hier... Okay, zwei rote Ruhe. Oh, 5 macht doch die 500X. Das macht doch die 500X, du gauner. 14er, äh, 40X für den, wunderbar. Ähm, ja, schwieriges dort. Hab jetzt auch noch... Also klar, wenn du auf den 500X stehen bleibst oder so, klar, dann scheppert es schon. Aber sonst wird es schwierig. Und, äh, ja, die roten Felder sind besser. Obwohl, was heißt besser? Ja, besser. Im Normalfall sind die besser als die blauen. Aber bis jetzt auch nur Mager-Quack. Zweimal rot, komm schon. Die könnte ich auch nochmal... Boah, multiplizieren, glaube ich, miteinander irgendwie. Hatte ich aber noch nie. 15, 15. Kann ja das sein, dass er das immer das gleiche macht? Was er bei dem anderen Rad macht. Das ist hier schon der letzte Spin. 150 hat er gekostet. Und wir kriegen Mager-Quack zurück. 59 ging mir zurück. Oh, das hat man wieder wunderbar geklappt. 59 für den. Was ich ganz gut finde bei dem Slot. Das war auch wieder mega teuer. Aber guck dich das mal an. Wir machen mal Turbo rein. Alter, guckt euch da an. Maxwin auf dem Feld. Wann geht der Maxwin raus? Wahrscheinlich nie, oder? Ähm, das hier sind quasi die Extra-Chance-Spins. Also, ging relativ gut im Stream rein bei mir. 25 Turbo. Mal gucken, was er jetzt bringt. Mhm. Wir kommen einmal rein bei 6 Spiele-Gamble. Bei 6 Spiele-Gamble. Nee, Quatsch, wir hätten 10 Spiele gehabt, gell? Wunderbar. Ich verstehe nicht, warum sind die einen rot, warum sind die anderen weiß? Das habe ich noch nicht verstanden. Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, Dead Spins bei rot oder weiß. Blau und rot. 100. Wo dann X, Mann? So ein Geier. Müll. Komm schon. Auf, auf, auf. Letztes Win. Also, wir spielen so gesehen. Also, wir sind auf dem Euro drin. Aber pro Runde kostet die Scheiße einfach 10 Euro wegen der Extra-Chance. Das ist schon hart. Das ist schon hart am Scam, gell? Aber, ja. Kommt wirklich auf dieses Rad. Bringt meistens aber auch nicht so viel. Außer jetzt halt wieder Freispiele. Wir spielen nochmal. Wir gambeln nochmal. Ich will den Unterschied wissen. Ich will mal auf die große 6 kommen. Müll. Mann. Ich will mal auf die große 6 kommen. Was dann passiert? Was dann passiert? Jetzt haben wir einen Downgrade so gesehen, weil es 10 Spiele wäre. Anfang, jetzt haben wir nur 10 Spiele. Und 6 Decks. Oh, nee. Ein Deadspin wird uns verwehrt. Und wir kriegen 15 X. Niese. Ich habe wirklich noch nicht den Unterschied gesehen von zwischen dem Roten und dem Blauen. 6 Symbol. Also, im Nice-League wurde mir gesagt, Rot ist besser. Guck mal, wir kommen auf 3. Und jetzt aus Prinzip wird nochmal gegambelt. Ich will doch die große 6 kommen. Na, wird wieder nicht passieren. Immerhin 12 Freispiele. Einfach jetzt mal 500 X oder so. Aber Stott hat irgendwas. Irgendwas hat die Stott. Bis jetzt war jedes Mal, wenn ich drin war, nichts gegönnt. Aber irgendwas hat die Stott. Ach, come on. Wie viel ne Gammelscheiße, Mann. Pfff, Alter, es ist so lächerlich. Letzter Spin schon wieder. Zwei Stück. Oh, Mann. Macht doch wenigstens die 100 X, ey. So lächerlich, so lächerlich. Jetzt hatten wir ein Multi mal 2. Ja, wunderbar. 48 für den. Ja, weiß ich jetzt nicht. Man sieht es, man kommt echt oft rein. Deswegen kaufe ich auch nicht die. Hallo? Die normalen Freispiele, nur die Superfreispiele. Aber ich weiß halt nicht wirklich, wo der Unterschied ist. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie immer, was ihr von der Stott haltet. Okay, nochmal. Also man hat mit dem Superbonus mehr Freispiele. Fällt mir gerade ein. Man hat auf jeden Fall immer 12. Aber das. Wir holen die jetzt diesmal mit. Wir holen einfach mal 10 Spiele mit. Okay, rot. Ja, 50er. Eins oder zwei weiter. 250 und 500 X. Komm schon. Weiter. Jetzt nicht so viele Dead Spins. Nicht so viele Dead Spins. Nicht gut. Komm und einmal Rad geht noch hier nach. Müll. Einmal Rad würde ich nur sehen. Einmal Rad kommt auch noch. Sehr gut. Okay, aber immerhin das erste Mal über 100 X bezahlt in dem Video. Na ja. Ist okay. Ist okay. Aber es ist halt die 100 Euro sind halt auch schnell weg, wenn hier nichts kommt. Aber guckt euch das Mann. Warum? Jetzt gampel ich nochmal. Warum sollte man hier normale Freispiele kaufen? Kann mir das mal jemand sagen? Man kommt so schnell rein. Ich will die große. Und wieder fünf Spiele der halb ihrer. Okay. Der kann auch mit fünf Spiele den Maxwind schmeißen. Rad mit Maxwind rein und dann richtig stehen bleiben. Dann hast du die auch mit fünf Spiele. Weißt du, wie ich meine? Okay, Müll. Wenn ich nächstes Mal nochmal reinkomme, dann werde ich definitiv die zehn Spiele nochmal mitnehmen. Jetzt nochmal rein, bitte. So. Nochmal rein. Nochmal rein, bitte. Jetzt aber. Jetzt aber. Ach komm. Oh, für einen Moment hast du gedacht 200x. Jetzt aber. Eins zu weit. Ey, jetzt waren gar keine Freispiele auf dem Rad. Das sieht man auch selten. Nein. Jetzt fängt der an, mich zu verarschen. Merkt ihr? Jetzt fängt der an, mich zu verarschen. Gibt's noch nicht. Ihr habt eben gesehen. Wie oft man reinkommt in die Freispiele. Und jetzt wieder Flaute. Kann nicht wahr sein. Okay, bei 6,50 kaufe ich. Bei 6,50 kaufe ich. Das wird mir zu teuer. Ja, das kann nicht wahr sein. Okay, nochmal Puffi. Schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt müssen wir da drin. Jetzt müssen wir da reingehen. Jetzt müssen wir da rein. Okay, 100x. Okay, gut, 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 gut. Zweite über 100x. Äh, über 100x Hit. Ich glaube, ich weiß schon, welches dort sich oft gewünscht wird. Okay, und nochmal rein. Nein! Ich wollte sie mitnehmen. Okay, war gut, dass ich gegangen bin. Sehr gut, wollte ich machen. Ähm. Obwohl, ich wollte eigentlich sagen, ich glaube, ich weiß, welches dort oft ausgewählt wird beim nächsten Glücksrad im Livestream. Aber der, oft 150 haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ich, haben wir, doch einmal haben wir 150x gesehen. Waren das 150? Ich weiß es gar nicht. Aber halt oft freie Spiele, schade. Jo, komm schon, mach noch was. Wir haben viele Spiele. Come on. Jetzt nicht so viele Dead Spins. Mach mal zwei oder am besten drei. Oh, Max Winter fehlt. Äh, mach mal zwei. Hey, Sieg-Symbole. Wie viele Dead Spins einfach? Ja, okay. Zwei, ein roter und ein blauer Müll. Das ist ein schmutziges Schmutz. Egal. Ey, ich sage ehrlich, warum gambelt man die Scheiße überhaupt? 16 Spiele gehabt und es war schlechter als die ganzen 10 Spins. Na ja. Na ja. Ich würde sagen, wir haben den Slot gesehen. Also ich muss wirklich auch wieder sagen, Slot gefällt mir. Auch wenn er nichts gegönnt hat so richtig. Slot gefällt mir wahrscheinlich, weil man echt oft in die Freispiele reinkommt. Und der, wie gesagt, bezahlt hat nicht so oft über 100 X. Aber er hat was. Ist nicht so ein 0815-Stot. Wisst ihr, was ich meine? Einmal würde ich schon gerne noch die Freispiele sehen. Und dann kann ich Pupul Sammi rausgeben. Jetzt. Ja, okay. Und nochmal. Und nochmal. Fuck, Junge. Was denn? Was ist denn? Oh, what? What the hell? Puli, wenn sie mit dieser Bonusgarantie ist bei jedem... Oh, mein fucking Gott. Was ist das? Ist das jetzt super Bonus? Ist das quasi der 5-Skater-Bonus bei Le Bandito? Ich wollte hier schon rausgehen. Wir gehen rein. Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Immer nur eins. Aber in jedem Spin haben wir ein rotes Rad. Das ist geisteskrank. Wenn wir jetzt mehrere kommen, geisteskrank. Komm schon. Oh nein, come on. Oh, für Wunder nichts wären so verdient gewesen. Komm schon. Immer nur eins. Ist das nochmal? 15er für den. Komm schon. Weiter, 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 weiter. 4. Ey, Mann. Ja, 250 ist gut. Auch mehr als verdient. Schmeckt. Okay. Und jetzt mal zwei rote, bitte. 25 nochmal für den. Okay. Okay, okay. 3 Spins haben wir noch. Ich glaube, es geht nicht, dass überhaupt zwei oder mehr kommen, oder? Doch, müsste eigentlich gehen. Nochmal. Okay. Nochmal. Na, Rad hat den Anker eingelegt. 250 X wäre nochmal drin. Letzter Spin. Komm schon. Wieder nur eins. Okay, aber trotzdem. Über 400 X auf jeden Fall. Schade. Aber trotzdem gut. Trotzdem 4 und über 400 X 424 Euro. Ist gut, ist gut. Aber die sind schon, glaube ich, selten. Man braucht 3x 6 und dann 3x Freispiele. Schon selten. Falls ihr wisst, noch wo ich spiele, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Der erste Link. Wie gesagt, so immer wieder spielt am besten gar nicht. Schaut die Stream, schaut die Videos. Falls euch die gefallen, dann hinterlasst euch gerne ein kostenloses Abo. Und ein Daumen nach oben da. Ich würde sagen, ja, jetzt frisst er aber die Miss-Sau. Wollte noch gerade sagen, ich will noch einmal das Rad sehen. Bis 1000 und dann gehe ich hier raus. Er kann jetzt frisst er wieder die Sau. Das wird wahrscheinlich, das passiert wahrscheinlich auch einmal im Jahr, was ich da gerade hatte. Und dann hat er auch nicht so krass bezahlt. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit Labandit 5 Skatter oder so, gell. Aber war trotzdem mal geil zu sehen. Ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.